Riktastisch geht es weiter auf der Map Dschungel von Mrs. Rocker gemeinsam gebaut mit Mr. Rocker und ich habe die Locust, die hatte ich auch schon länger nicht mehr, bin ich drauf gekommen und ich finde es richtig cool anscheinend, soweit ich das mitbekommen habe, ist das Freund und Freundin, die diese Map gebaut haben und angeblich auch sehr lange. Also hier oben bin ich noch nicht gespawnt, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich da runterkomme von diesem Helikopter, da gibt es bestimmt irgendwo eine Leiter, die nach unten führt, na gut, dann spanne ich erstmal die Weltraumgranaten hier ein, dort drüben, boah, wie gerne ich jetzt schnell eine Sniper hätte, hm, was soll ich machen, ah, ich muss wieder runterspringen, nein, dann ärgern sich die, hier ist die Leiter, yo! Bitte, 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 lasst mich am Leben, das kann es nicht geben, ich darf hier jetzt nicht sterben, ich will doch um Mrs. Rocker werben. Nein, sorry, Mr. Rocker, die gehört ganz und klar dir, finde ich richtig cool, da spielt man hier so ein Game und heißt Mr. Rocker und Mrs. Rocker, weiß sofort, dass die zusammengehören. Da fällt mir jetzt gerade spontan etwas ein, ich kannte mal zwei Spieler in einem MMORPG, die hatten 1 zu 1 die gleiche Klasse, 1 zu 1 das gleiche Aussehen und hießen Cola und Bier. Also der eine Charakter, ich weiß jetzt nicht mehr, wer männlich und weiblich von denen war, der eine Charakter Cola, der andere Bier und die waren eben auch ein Pärchen. Fand ich irgendwie recht witzig gemacht und die haben wirklich 1 zu 1 gleich ausgesehen. Eroditen hatten die, das sind solche, ich weiß gar nicht, wie man diese Rasse beschreiben soll. Die haben irgendwie so wie Dunkelelfen, eher so eine lilane Hautfarbe. Gut, wie auch immer, fand ich ganz interessant, gleich mal zum Einstieg. Hier kann man noch einiges freischlagen, ich habe mir jetzt dieses Kleeblatt gekauft, was es da gibt. Das kann man sich auch permanent für die normalen Punkte kaufen, was ich gleich direkt getan habe. Einfach mal so, ich weiß nicht, ich habe die normalen Punkte, die gehen mir sowieso nie aus. Und da habe ich einfach mal, wo sind denn die anderen Leute, wo bekommen die die Kills immer ab? Denn die Spawnplätze sind ganz gut verteilt, auf beiden Seiten. Und die Map hat es wirklich drauf. Es gibt zwar einige Maps schon, die Dschungel heißen, also ich kenne einige, einfach nur Dschungel heißen. Aber die ist richtig cool, denn es gibt so viele Sachen, dann hier oben noch diese Riesenbrücke. Dann hier sogar auch noch ein Raumschiff, welches gerade den Weg zum Dschungel angeht. Okay, Weltraumgranaten habe ich jetzt nicht mehr. Ich dachte mir, Locust, die schießt so schnell, ich glaube, die hat die allerschnellste Feuerrate überhaupt. An Waffen, die ich so im Gepäck habe. Und da ist die Munition meistens so schnell weg, dass man da unbedingt das Nachladeteil benötigt. Beatle, ha, schade. Meine habe ich nicht mehr. Schreibst du gerade, was machst du hier? Was war das jetzt? So, was wollte ich sagen? Genau, Weltraumgranaten, nur noch einen Tag. Nein! Einen Tag nur noch. Das waren jetzt schnelle sieben Tage. So, weiß nicht, fünf, sechs Videos mit der habe ich jetzt erstmal gemacht. Vielleicht noch ein bis zwei damit, denn die sind ganz nett. Obwohl sie hier in so einem Dschungel, wo es wirklich viel zum Verstecken gibt, gar nicht so praktisch sind, würde ich sagen. Da bringen mir... Puh, welche würde ich da ansonsten nehmen? Ich wollte eigentlich wechseln und dann habe ich gesehen, ein Tag nur noch. Nein! Beziehungsweise es steht ein Tag, aber im Prinzip hat man ja dann sowieso noch länger. Dann stehen noch die Stunden. Also es ist vermutlich ein Tag irgendwas. Hier kann man wirklich viel herumlaufen, ohne dass man jemanden sieht und das bei einem Sechs gegen Sechs. Deathmatch wäre da vielleicht auch ganz interessant. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, ob man diese Map auch im Deathmatch spielen kann. Hier ein kleines Dschungelcamp. Ich bin kein Star, holt mich hier nie wieder raus. Vielleicht sind die da alle oben und man sieht sie nur nicht. Jetzt muss man ganz leise sein. Hier muss sich irgendwo was bewegen. Das gibt es doch nicht! Hm. Genau, diese andere Kleeblattrüstung kann man sich auch irgendwie nur für kurze Zeit permanent für normale Punkte kaufen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Muss ehrlich sagen, bei den Rüstungen bin ich nicht so am neuesten Stand. Die interessieren mich nie so. Ich fahre immer nur die Lauscher aus, sobald ich neue Waffen höre. Hier neue Waffe, neue Granate. Da ist der Schilling sofort dabei. Aber bei Rüstungen. Ich behalte hier... Aha! Vergiss immer, dass ich keine mehr habe. Ich behalte meinen Stil und gut ist. So, jetzt schaue ich dann einfach mal hier rauf. Dann wird das eben so eine kleine Jump and Run-Folge, wenn die Leute da nicht rauskommen. Wie man denn dann nach oben kommt? Okay, hier vermutlich mal nicht. Hm. Wo dann? Wenn nicht jetzt. Wann dann? Da-dam-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Ah, hier. Man muss von außen gehen. Kann das sein? Kann das sein. Der Schilling wird es gleich herausfinden. Yes. Also, da haben sich die Rocker aber ordentlich viel Mühe gegeben. Ah, die sind immer hier oben. Vor allem der eine mit der grünen Rüstung fällt mir auf. Ja, manchmal sieht man die Nachlade-Animation nicht. Keine Ahnung, woran das... Oh, er wirft was. Er wirft was. Vergiss. Nein, ich falle rum. Jetzt war ich so brav. Hab hier immer aufgepasst, dass mir nichts passiert. Oh, Papagei, Papagei. Kann ich auch auf den Papagei ballern und dir dann Schaden zufügen? Vermutlich nicht. Das wäre aber auch mal ein geiler Spielmodus. Schlag den Papagei oder so. Jeder hat so einen Papagei neben sich. Und man kann oder darf nur auf den Papagei schießen. Alles andere fügt keinen Schaden zu. Wow. Also, wenn ich... Oh, hier oben. Hier oben. Wenn ich Spieleentwickler wäre, beziehungsweise Entwickler nicht. Entwickler... Ah, je nachdem, wie man das versteht. Als Entwickler sehe ich eher jemanden, der wirklich ein Spiel auch programmiert. Obwohl, man kann auch ein Konzept entwickeln. Aber Gamedesign in einem Game, das wäre der Hammer. Was da teilweise, vor allem auch die Jüngeren, ebenso wie ich, die knusprigen Leute noch, die eigentlich nie in solchen Firmen arbeiten, haben teilweise die allerbesten Ideen für sowas. Ich sehe auch immer im Forum, teilweise Ideen, die sind vollkommener Schwachsinn oder nicht Schwachsinn. Die sind irgendwie cool, aber die lassen sich einfach nicht umsetzen und spielen dann irgendwie. Jetzt auch in Brickforce. Aber dann sind da Ideen dabei, da denke ich mir, oh, wie geil. Am liebsten würde ich diesen Spielmodus gleich morgen spielen oder diese Waffe oder je nachdem, was da vorgeschlagen wird. Aber ab und zu muss ich wirklich sagen, die Firmen, je nachdem welche Firma, die lesen da auch wirklich mit, leiten das dann weiter. Und zum Beispiel in Shakes and Fidget, das wird mir keiner glauben, da gibt es so ein Feature, die Toilette der Arkanen Götter. Wer das Game nicht kennt und da wirft man Items eben hinein und lädt so einen Mana-Stand auf und wenn das Mana voll ist, dann gibt es eben bessere Items. Und dieses Feature, ich habe gelacht, als ich das im Forum gelesen habe als Community-Vorschlag und das kam dann eins zu eins so, finde ich richtig krass. Vor allem, dass man dann sagen kann, ja Freunde, schaut mich an, nur wegen mir gibt es jetzt dieses Feature im Spiel. Das ist doch eine coole Sache, oder? Also das fand ich richtig krass, das hat mich schon geflasht, dass so ein Community-Vorschlag eins zu eins dann seinen Weg ins Spiel gefunden hat. Da finde ich allgemein, ich habe jetzt hier auch mehr Zeit gerade zum Labern, weil hier nicht so die Action abgeht. Da finde ich allgemein irgendwie jetzt in der Zeit des Internets noch mehr, wo die Firmen eigentlich so nah an der Community dran sind mit Facebook, mit YouTube, mit Twitter, mit, keine Ahnung was. Da könnten die viel mehr noch die Leute irgendwie ins Spiel mit einbeziehen. Im Sinne von ein Community-Contest. Irgendwie, wer spielt am meisten Runden Brick Force von 20 bis 22 Uhr, oder okay, das ist vielleicht eine schlechte Zeit, von 18 bis 22 Uhr oder irgendwie sowas. Und der kommt dann als Charakter ins Spiel, oder keine Ahnung, irgendwelche kleinen Community-Contests, wo dann auch Spieler ins Spiel eingebaut werden. Das ist vielleicht jetzt bei einem Shooter nicht so leicht, aber in einem MMORPG wäre das doch mal hammergeil. Wenn da einfach in der Stadt ein NPC herumsteht, Bürgermeister O. Schilling, und der gibt dann eine Quest, wo man, keine Ahnung, einmal bei der Map hinunterfallen muss. Aber irgend sowas, das, das wäre doch wirklich, das, oh, ich würde so gerne bei so einer Firma arbeiten. Ah, wie schön das wäre. Nur leider in Wien, Österreich, wir sind da eher nicht so krass dabei, was das Gaming angeht, leider. Okay, wieso stehst du so ruhig? Das ist ganz schön verdächtig. Wow, episches Ende. Ja, das war aber kein Tod mehr. Alter Schwede, was war das? Jetzt weiß ich, warum du so ruhig gestanden bist. Mrs. Rocker hat sie registriert, gemeinsam gebaut mit Mr. Rocker, aber der heißt, glaube ich, X-Mr. Rocker. In Brickforce. Ist definitiv eine coole Map, und wie hat man es da geschafft, das so verwinkelt zu machen mit so vielen Spawnplätzen und so gut verteilt, sodass, Clan-Einladung, Maxi, habe ich doch schon eingeladen. Und, dass man sich so selten findet und so viel herumlaufen kann, das ist gleich wieder mal ganz was anderes. So, hier ist es, das Koboldskleeblatt. Habe ich mir gekauft, das gibt es jetzt noch nicht abgegradet, aber einfach mal schauen. Sieht witzig aus, vielleicht fällt mir da irgendetwas ein. So Neujahr vielleicht, irgendeine lustige Special-Folge. So, aber jetzt will ich wieder die andere Waffe ausrüsten. Nicht, dass ich dann noch vergesse meinen Hammer. Hammer, wo bist du? Hier ist der Hammer. Und den repariere ich gleich. Ich faulsack. Hier im Shop gibt es das noch. Bei heiße Ware bzw. neue Items kann man sich als Kobold ausstatten. Und das kann man alles permanent für Forstpunkte kaufen und gar nicht mal so viele. So, jetzt schaue ich aber nochmal. Das Zeug kann man nicht permanent kaufen. Dann, was gibt es noch? Vielleicht die ganz alten Sachen. Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne mich da wirklich nicht. Ja, das kann man alles nicht permanent kaufen. Also, das ist wirklich eine coole Sache. Muss ich schon sagen. Gut, wie auch immer. Bricktastisch geht es aber auch beim nächsten Mal weiter. Geht in Deckung! Geht in Deckung!